Ja, es war sehr interessant, also ich fand es super, dass in diesen Zeiten so ein Event überhaupt stattfinden konnte. Wir als Team Sieben, wir haben ja sehr, sehr hohe Ansprüche an Qualität. Wir beschäftigen uns schon länger mit dem Thema Automatisierung. Wo sind da Lösungsansätze, wie kann man das umsetzen? Und wir haben heute hier einfach Ideen gesehen, die wir uns wirklich vorstellen können, dann auch in die Praxis umzusetzen. Es war ein super Event, weil wir unsere echten Werkstücke da geschniffen bekommen haben und wenn wir gesehen haben, dass das eigentliche Technologie ist, die funktioniert. Es waren echt spannende Eindrücke, was man da heute gesehen hat, wie man mit Kobo zusammengegangen hat, was man vor allem auch mit dem Produkt von Fair Robotics alles machen kann, also es ist echt spannend gewesen. Spitzenprodukte und ja, coole Sachen. Für mich ein spannender Einstieg in das Thema. Geistig habe ich mich schon damit beschäftigt, aber wo fangst du an? Und als Start, glaube ich, war es spannend, ja. Also was ich mitnehme, ist einmal ganz wesentlich der Punkt, dass es ganz wichtig ist, Digitalisierung und komplexe Themen auf den Boden zu bringen, so wie es wir im Digital Innovation Hub uns auf die Fahnen geschrieben haben und das ist heute hier in diesem tollen Testumfeld perfekt gelungen. Angreifen, begreifen und dann zu Hause umsetzen. Ja, dass wir daheim einfach nur mal schauen, welche Teile das für so eine Anwendung passen würden und dann schauen, wie wir die nächsten Schritte setzen. Es schaut auf jeden Fall sehr interessant aus. Also wir haben ja auch direkt einen Termin hier ausgemacht mit ihren Kollegen, also wir werden uns das bei uns im Haus anschauen und dann evaluieren, wo wir Anwendungen implementieren können. Wir haben lauter Kleinteile, also wir zeigen Stühle, Sesseln in dem Bereich, sehr viele runde Teile und geschweifte Teile und von daher ist es spannend, ja, wie man das umsetzen kann. Auf alle Fälle, es gibt etwas zum Nachdenken. Wir interessieren sich schon länger für solche Sachen. Wir verwenden auch verschiedene CNC-Maschinen. Da ist es natürlich dann auch ein logischer Schritt, dass man das weiterverfolgt und vertieft. Dieses sensitive Schleifen, wie das bei Ihnen mit diesen Schleifköpfen funktioniert, das ist mir neu gewesen und das wirkt auf jeden Fall sehr interessant für uns. Ja, so ein bisschen über YouTube hat man sich schon informiert, aber es war ganz wichtig, dass man das mal angreift und selber wirklich damit in Kontakt kommt. Vorher eigentlich nicht wirklich, aber es war einfach spannend zu sehen, was man alles machen kann. Bisher, also ich persönlich habe noch nichts davon gehört. Kollegen, mit denen ich jetzt hier war, kannte es in einem gewissen Rahmen, aber was jetzt wirklich die Vorteile davon sind und die Stärken auch, die kannten wir jetzt so, wie wir es hier heute gelernt haben, noch nicht. Vorher war es kein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist grundsätzlich so, Holz und Holzwerkstoffe sind sensible Werkstoffe und brauchen natürlich auch Gespür. Das machen jetzt noch Mitarbeiter und in Zukunft wird man für manche Tätigkeiten auch Roboter brauchen und die brauchen dann Gespür. Für uns ist natürlich Automatisierung unser Kernthema. Wir wollen neue Punkten gewinnen, neue Bereiche erobern und so eine Veranstaltung trägt dazu bei, dass wir da weiterkommen. Ich habe jetzt natürlich mit den Besuchern gesprochen, sie nehmen alle was mit, sie nehmen neue Ideen mit, sie machen sich jetzt Gedanken über ihre eigenen Prozesse und ich denke, es ist eine sehr gelangene Veranstaltung. Das Interesse war sehr hoch im Publikum, sie waren auch sehr wissbegierig, haben dann auch gleich mal Hands-On gemacht, wo auch die Leute wirklich was selber probieren können haben, das haben sie auch sehr schnell verstanden, weil es auch sehr einfach geht. Ja, in den Gesprächen war es hochinteressant, von Anfangs skeptisch und nicht genau wissen, soll ich jetzt wirklich diesen Tag oder diese zwei Tage investieren in dieses Thema bis jetzt zum Verabschieden, was dann geheißen hat, es wäre gern noch länger gegangen. Ja, wir haben mitgeben können, dass einfach viele, viele Möglichkeiten da sind, technologisch, dass man die Aufgaben, die da sind, erfüllt. Das Schleifen ist ein sehr komplexer Prozess. Die Leute, die das können, werden immer weniger und damit ist der Bedarf groß, da zu automatisieren. Die Hürden der Automatisierung sind geringer geworden, leichter zu umgehen, dadurch, dass man einfache Tools hat, die einfach funktionieren. Ja, für uns ist das natürlich ein wichtiges Event gewesen, aber wir wollen diese Events als Tradition etablieren und da sind wir gerade dabei.